Jaaaaah! Oooooooh! Jaaaaaah! Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Jaaaaaaaaaaaah! Aber kann euer Stuhl das? Kauft jetzt meinen Stuhl und joint der Stuhlgang! Stuhl Gang! Es ist Stuhlg... Stuhlg... Link in der Videobeschreibung! Kauft jetzt meinen Stuhl! Yeii! Ja Leute, was geht? Was ihr jetzt seht ist ein ganz kurzer Zusammenschnitt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Mit einer war mein Standardskill weißes Studio und meine 3000 Zuschauer hier auf Twitch. Und der liebe Dicking, Leute. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Lasst einen Daumen nach oben auf dieses Video. Viel Spaß dabei. Bruder, mach jetzt Ready, sonst reg hier durch. Ich bin schon längst, Ready. All Loom. Wir sind drin. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ich komme. Die Marshmallows. Guck mal, wie geil. So, ablassenparken. Oh mein Gott, das ist gut. Wie geil. Das ist mega der Rave. Da müssen wir hin, da müssen wir hin. Ich habe dir gesagt, das ist die heiße Phase gerade. Digga, ob du gehypt bist, Philipp? Oha, Digga. Guck dir an, was da gerade abgeht. Philipp, ob du gehypt bist. Tomorrowland, here we go. Oha, guck dir das an. Explosion. Alter, schau mal, wie es abgeht da unten. LOL. Junge. Ich habe Angst. LOL. Hä, ist heute irgendwas Besonderes im Pleasant Park? Bruder, die haben nur das Bude dahin. Ich rede aller Zeiten. Digga, guck mal, wie geil. Da tritt doch dieser Marshmallow auf. Oh mein Gott, der Timer ist sogar fett oben geil. Der ist fett oben geil. Nein, nein, nein. Auf der Leinwand. Ja, ich habe eine fette Waffe, Digga. Guck mal, Digga. Ich habe eine fette Waffe, die ist genauso fett wie Revi. Ja, lecker. Jungs, 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 wir müssen direkt das verteidigen. Guck mal, wie viel. Ja, hier kannst du so viele Kills machen, Digga. Bruder, ich muss Baumaterialien. Baumaterialien. Die heiße Faser hat begonnen. Baumaterialien. Ich hoffe, dass die nicht alle ausrasten, wenn das Event ist. Ich hoffe schon. Unser Team muss direkt alles einnehmen. Oha, guck dir was da ab. Halleluja. Okay, killt die Leute. Hier sind Gegner, aber killt die nicht, weil die wollen auch nur tanzen. Nein. Guck dir, wie viele Leute hier sind. Hallo, hey. Philipp, ich weiß nicht, ob du... Killt den da oben. Philipp, ich weiß nicht, ob du mit denen reden kannst, den Leuten. Also, ich bezweifle es. Nee, jetzt killt die da alle. Die killen uns auch. Also, das sind keine Kumpels von uns. Sind es nicht, oder? Bruder, ich dachte, die machen auf Kumpel korrekt und alles, aber die killen auch Leute. Der da oben sitzt. Killt den da oben. Ja, weißt du, der killt den da oben. Ja, ich habe keine Ahnung. Sehr gut, sehr gut. Guck dir das an. Triple kill mit Raketenwerfer. Nice. Oh mein Gott. Nein, ey. Hau ab. Ja. Ja. Man kann alle Kills der Welt machen jetzt. Ja, endlich meine Highkill-Round für mich. Das Ding ist, das wird hier total als Chaos sein, wenn das wieder stattfindet, ne? Die wollten das ja auch verbieten eigentlich, ne? Ja, hätten sie mal machen sollen. Also Marshmallow halt wollten die verbieten. Ich denke, es gibt keine Waffen mehr. Ich fetz die alle da weg, ist mir kack egal, Alter. Jungs, wir müssen uns direkt wirklich einfach mal Waffen nachher holen, ne? Ja, ja. Stress der Moment in Fortnite überhaupt, den es hier gerade gibt. Ich habe keine Muni mehr, Jungs. Okay, ich habe mir hier ein Haus gebaut, ich beobachte, dass sie werden von hier. Mich hat so ein Haus weggeholt, aua. Aua. Das hat nix. Hat Fleing-Uwe gewonnen? Nice. Ehrlich beim Kampf? Hat er echt? Wir haben die gerade reingeschrieben. Da hat gerade jemand den Kampf auf Fleing-Uwe geguckt. Hat er gewonnen? Ey, das würde eine komplette Katastrophe hier werden. Ich glaube, da ist der selbst normaler Modus besser als der hier. Ja, also. Hört doch mal auf mich zu killen, ich habe keine Waffen. Digger, die drehen hier voll ab, die sind alle hinter mir, ja. 18 Minuten noch. Holy shit. Philipp, ich helfe dir. Ja, helf mir. Ich schieße von hinten wieder drauf. Jungs, hört auf, ey. Digger, dieses PlayStation-Aim, ich komme nicht drauf klar. Dekin kommt direkt killen. Nein, Digger, die haben auf mich geschossen. Hey, ich bringe die auch alle um, Alter. Ich hasse die alle. Jungs, ich habe 15 Kills, als ob ich die nicht mal da umbringe. Digger, Schatten-Auskins, sollen sich halt Kills kaufen. Digger, ich habe zwei Bummi-Bumms, ich will die eigentlich gegen die einsetzen. Die sollen alle mal lieber meinen Crater-Code nutzen. Ich bringe halt jeden hier um, der nicht meinen Crater-Code nutzt. Digger, bring mir mal Munition. Ja, boh, boh. Boah, deiner Mist. Achso. Ja, Bruder. Ist es, Digger, warum soll ich Munition? Ich brauche Munition, Bruder. Guck mal, ich habe hier Freunde, wir haben uns hier so ein kleines Dings gebaut. Das ist auch mal Hacker-Code. Ey, Jungs, wir müssen das so machen. Wir müssen uns vorher Waffen holen und dann richtig durchdrehen, da. Ja, warte. Nice. Oder vielleicht wird gleich ausgeschaltet für die Zeit. Nee, nee, glaube ich nicht. Können wir auch nicht vorstellen. Das war ja bei Keim-Event so. Dass man töten kann? Ja, ja. Ja, müssten sie aber eigentlich mal machen, oder? Deswegen ist ja der Respawn an. Das ist ja dann ultra nervig einfach. Ja, deswegen, wir müssen uns ausrüsten und dann direkt durchdrehen, wenn wir da sind. Weil wir müssen uns das Wichtigste, wir müssen uns die ganzen Waffen besorgen, weißt du? Rumble in the Dumble. Oh, keine Baumarzt, Mann. Hä? Jetzt aber doch, lol. Nein, du kannst doch drauf nicht bauen. Ja, ich hab's gerade gemerkt, wie nervig. Aber ich finde, ich finde, wir hatten einfach so einen Modus machen müssen, wo man sich nicht gegenseitig beschießt. Das wäre besser gewesen. Ey, Junge. Das ist schon dezent nervig. Ja, das ist hardcore. Also, das wird gleich nicht funktionieren. Sniper und von... Ich hab jetzt ein bisschen Gier, Leute. Da oben ist das große... Die haben auch extra den Timer so gemacht, dass auch niemand das Event nicht mitbekommt, ne? Ja. So, Jungs. Ich hab einfach das krasseste End der Welt, kann man nicht anders sagen. Aber es leckt doch ein bisschen, ne? Kann das sein, oder? Nee, nee. Achso, ja, ist halt krank voll hier drin, ne? 13 Minuten, Jungs. Und hier lebt noch nicht mal die Karte richtig. Wie viele Kills habt ihr? 12. Ich hab 26. Ich mach nichts anderes. Ich hab so Bock gerade, die ganzen komischen No-Skills hier wegzufetzen. Das macht so Spaß. Rewi spielt richtig Serious jetzt, als Tournament. Bruder, wir können uns hier oben in sowas bauen. Von hier oben lässt du mal schießen, ne? Ist kein Tournament grad? Nee. Hä, ist das Summer Skirm, ich, Digga, für jeden Kill 20 Euro. Oh! Bruder, bei mir lädt die Karte noch nicht mal, guck dich das an! Bei mir lädt die Karte noch nicht mal, guck dich das an! Bei mir lädt die Karte noch nicht mal, guck dich das an! Bei mir lädt die Karte noch nicht mal, guck dich das an! Ich muss sagen, ja! Junge, Alter! Alter, was ist der für uns? Oh, ihr Steak, Alter! Das ist Gleiche, Bruder! Ey! Ciao, hallo! Ciao, hallo! Ey, gelassen wir gucken, dass die bald 10 Minuten wieder rausgehen. Ja, ja! Ja, ja! Hey, nein! Ich will weiter Kills machen! Das ist meine High-Kill-Runde! Das ist meine High-Kill-Runde! Hallo, High-Kill-Runde! Das ist 12 Minuten! Ja! Nice! Oh mein Gott! Oh! Tschüss, guck! Yo, yo, what's up! Are you guys ready? Boom, boom, boom! Das war ein Marshmallow, ne? Ja! Der hat gerade gequatscht mit uns! Das war der Vater, Arschmallow! Hey, 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 hey! Was denn? Der heißt wirklich so! Nice! Die Sing-Snipe alle hier bei unseres Team! Guck mal, mir lebt noch nicht mal die Karte richtig! Ich guck dir das an! Ja, schau, die laufen dir alle hinterher, gell! Ja, hau doch mal ab jetzt hier! Guck mal, deine Teammate! Digga, die rennen alle hinterher! Geht weg! Schütz mich lieber! 34! It's the dream! Was? Let's go! Let's go! Kompletter Tryhard-Modus hier, Alter! Wir haben verloren sogar! Dabei hatte ich 34 Kills! Leute, das war's von diesem Video! 34 Kill-Runde mit Standardskill! Er spielt, Leute! Lasst einen Daumen nach oben da! Nutzt meinen Fortnite-Credit-Code! Geil, Alter! Okay, Leute! Okay, wir können hier noch ein bisschen Party in der Diskothek machen! Okay, let's go! Okay, warte! Soll ich auflegen? Weil ich kann das ja wirklich! Hat jemand von euch das Saxophon zufällig, was er leichter nicht mitspielen kann? Ich kann auch ein Saxophon! Was soll ich machen? Let's go! Let's go! Saxophon! Alle Saxophon! Oh yeah! Oh yeah! Hey everybody! Put your hands up! Let's go! Geile Zeiten, Mann! Der King macht Saxophon! Ich hab keinen Saxophon! Raus aus der Gruppe! Oh! Mike Stäbe! Äh, redest du das Saxophon? Ja, warte! Okay, Der King, mach du mal, äh, hast du die, ähm, DJ-Polt? Oh! Der King! Ey, Alter, gar! Alter, warum soll ich mir euch das kaufen? Ne, Digga, weil das wichtig für unsere, äh, die Events sind! Okay, Leute! Jetzt machen wir mal ein bisschen... Metal! Metal, Leute! Oh yeah, Mann! Ich nehm das Mikrofon, schmeiß auf den Boden! Ja! Harkor! 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 Ich bin auch ein Artist! Das ist dumm, Junge! Ja! Jubelstimmung! Ja! Macht mal alle Saxophon-Nummer! Das wusste ich schon viel! Digging, du auch bitte! Äh, warte, ich geh mir schnell auf den! Drei! Zwei! Zwei! Eins! Go! Oh mein Gott! Wie wir uns freuen, Digga! Digga, das ist voll cool gemacht! Bei mir ist so ganz... Leute, das war's von diesem Video! Macht's gut! Auf Wiedersehen! Ich bin damit für heute raus! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Nutzt meinen Creator-Code! Ihr kennt den guten Bruder, meine Freunde! Hau da rein! Ich küsse eure Augen! Macht das gut! Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschüss! Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream-Highlights, Reactions, Realtalk und sonstigen Kram, den ihr auf Twitch eigentlich exklusiv rausballert. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall bei diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal rein, meine Freunde! Folgt mir ebenso auf Twitch! Alle Links sind natürlich in der Videobeschreibung, um nichts mehr zu verpassen! Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr meinem Zweitkanal auf jeden Fall ein Abo schenkt! Lasst uns bei der Revi-Gang ganz schnell die 100k voll machen! Und jetzt ganz viel Spaß! Muslims Lud trash Bescheid aus Ework Los Ö zurück auf hoch Bis zum nächsten Mal.